Ja, wir haben die Loot-Chest im Dezember. Erstmal natürlich da wieder vielen, vielen Dank für Loot-Chest. Natürlich, dass er uns da wieder möglich macht, heute so was schönes auszupacken. Stell die hier einfach mal auf den Tisch. Mach die auch schon mal auf und dann packen wir wie immer erstmal alles aus. Würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir das hier einfach mal alles auskippen. Ich hoffe, da ist nichts aus Glas oder so drin, weil das war auch ein bisschen lauter jetzt. Ist aber nicht schlimm. Ich mach die Box hier wieder zu. Die kann man mal jetzt gut nehmen, wenn man was verschicken will. Ist immer jetzt praktisch. Kann man immer mal ein Karton. So. Haben wir sie reingepackt. Hier haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Zeug. Ich pack mal meine Maus hier auf mein Ding. Und ich weiß ja nicht, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen ja eigentlich immer mit dem T-Shirt an. Und damit fangen wir auch Tatsache wieder an, würde ich sagen. Ist ja mal am besten, würde ich sagen. Dann baue ich doch noch mal die Box. Jetzt hab ich die schon weggepackt. Das ist meine Müllbox immer. Dann pack ich mal meinen Müll. Denn ich bin ja schlau und wenn ich dir mal Sachen verschicke, dann lasse ich den Müll nämlich immer drin liegen. Ich denke, so kann sich der andere drum kümmern. So, wir reißen das aber erstmal wild auf. So wie wir mich kennen. Wir packen unseren Müll hier erstmal rein und die Box. So. Dürfen alle mitmachen. Ja klar. Sind ja jetzt nicht so viele Zuschauer. Also wenn ihr zu wenig Zuschauer sind. Klar. Und wir haben hier ein schönes Jersey. Das sieht mir doch sehr nach Pokémon aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann euch das hier mal so professionell reinhalten. Das sieht nach einem Pokémon T-Shirt aus. Und irgendwie hat das Style. Und. Ich möchte dazu erwähnen, es ist kein schwarzes T-Shirt. Auch wenn es gerade sehr dunkel aussieht. Aber ich glaube hier, so kann man das grob erkennen, es ist blau. Also es ist leicht bläulich. Ist, finde ich persönlich immer ein bisschen geiler. Ihr seht ja selber, ich trage meistens entweder grau oder weiß. Und das hat so eine nette Beschichtung. Das ist so chrisselig. Das sieht für dich aus wie ein Sonnenuntergang. Ja, aber da vorne, Keule, da ist doch ein Pikachu. Hier, guck mal. Siehst du das? Oder? Ich kann das ja jetzt hier euch auch ein bisschen was da zeigen. Hier vorne. Da, wo mein Finger ist, das ist ja eindeutig ein Pikachu. Na? Also das ist eindeutig ein Pikachu. Das erkenne ich. Ich als Pokémon-Trainer. Ich weiß sowas. Ist auf jeden Fall cool. Stoff auf jeden Fall wieder sehr flauschig. Ein sehr weicher Stoff. Mag ich persönlich am liebsten. Ich habe ja auch viele Kick-T-Shirts. So ein 20er-Pack in weiß. Die sind zwar ganz nett, aber die sind halt, die bleichen relativ schnell aus. Na? Also die bleichen halt relativ schnell aus. So, dann haben wir hier ein paar Figuren. Ich würde sagen, die Figuren machen wir erstmal zum Schluss. Und wir kümmern uns erstmal hiervon. Hier haben wir so Pulver. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so Knusperflocken. So was wie Ahoi-Brause. Ich würde euch hier auch mal reinhalten. Das kann man so auf die Zunge machen. Da knistert das so. Ist jetzt nicht so meins, aber ja, naja gut. Mein Süßigkeiten-Schrank, da liegt schon ganz viel davon. Und hier haben wir ähm ja, irgendwo schon Game-Cards, aber ich weiß halt nicht, was das für Karten sind. Ich würde einfach mal sagen, ähm, die lassen wir mal zu, obwohl, eigentlich können wir die auch aufmachen. Ich bin jetzt eh nicht so der Karten-Fan, aber da brauchen wir nochmal mehr Katamiss, weil das kriege ich sonst nicht aufräumt. Können wir wieder mitraten. Hm. Ja, gut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das sein soll. Das sind irgendwelche Katzenkarten. Ja, das sind irgendwelche Katzenkarten. Ich zeige euch da jetzt mal ein paar. Wie gesagt, kann damit absolut gar nichts anfangen. Kenne ich überhaupt nicht. Ähm. Äh. Bruch. Sorry für das Mikro. Äh. Kann ich euch mal so in die Kamera zeigen. Äh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art Kartenspiel. Aber kann da persönlich mit gar nichts anfangen. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Vielleicht sowas wie Uno oder so. Ich weiß nicht. Ähm. Ne, weiß ich. Wie gesagt, keine Ahnung. Oder sowas wie Magic vielleicht. Also weiß ich gar nicht. Manchmal kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm. Magic hätte ich jetzt gekannt, aber das... Sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber ist nicht schlimm. Wir packen den hier einfach wieder in die Verpackung. Ähm. Und packen uns dann wieder in unser obere Schränkchen. Da haben wir schon ein Karten-Set. Aber von einem anderen Spiel. So. Gut. Gut, dann haben wir hier, äh, Äh, Aquaman. Ein Gratis-Comic. Ähm. Falls jemand auf Aquaman steht. Äh. Ich tue es nicht. Also allgemein so Marvel und so. Ist so gar nicht mein Ding. Oder DC. Sagt mir gar nichts. Gucke ich auch nicht so wirklich oft. Aber falls jemand auf Aquaman steht. Der kann ihn ja gerne per WhatsApp die Seiten immer schicken. Natürlich immer logischerweise pro 50 Cent. Ne. Ist ja natürlich klar. Ne. Was für Seite. Also bin jetzt nicht so der, der Superhelden-Typ. Sag ich jetzt einfach mal. Ähm. Keine Ahnung. Werde ich mir... Hab ich wieder was? Äh. Wenn es mal wieder länger dauert. Ne. Wisst ihr Bescheid. Ne. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ähm. Aber ist jetzt nicht so unbedingt meins. Also bin ich so der Superhelden-Typ. Ähm. Ist aber auch nicht schlimm. Äh. Hier haben wir, ähm. Ja. Hm. Das ist cool. Das ist cool. Das zeige ich euch mal zum Schluss. Äh. Ja gut. Ist natürlich blöd, wenn ich euch das so hinhalte. Ähm. Aber gut. Wir machen erstmal hier weiter. Und zwar haben wir hier eine Star-Wars-Tasse. Also ich meine, ich brauche da immer schon mal eine Schoko-Tasse. Also ich habe eine Tasse mit meinem Namen. Äh. Ich probiere euch mal hier rauszugrabbeln. Hab ich natürlich wieder meinen professionellen Unboxing-Schraubzieher. Ne. Damit ich die Verpackung möglichst ohne viel Aufwand aufkriege. Na das ging doch schon mal wie geölt. Und äh. Hier ist ein schöner Bottich. Ich weiß gar nicht. Werde von... Ist das hier Luke? Ist das Luke hier? Wird das Luke sein? Ich weiß nicht. Ich weiß, das spiegelt gerade bei euch. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ähm. Aber das müsste Luke sein, oder? Das ist doch Prinzessin Penelope, oder? Das ist Prinzessin Penelope? Aber wie gesagt, Star Wars so da... Naja. Da bin ich halt auch so ein bisschen raus. Muss ich ehrlich sagen. Ähm. Aber das müsste Prinzessin Penelope sein, oder? Die... Äh. Han Solo. Ja gut. Hätte auch Luke sein können, hallo. Naja. Auf jeden Fall eine coole Tasse eigentlich. Ähm. Ähm. Auch Tatsache so in meiner Lieblingsfarbe Orange. Also Orange ist ja so mit so einer meiner Lieblingsfarben. Sieht man wahrscheinlich halt auch so am Stream allgemein. Ähm. Prinzessin Lea. Ah. Prinzessin Lea. Wie komme ich denn auf Prinzessin Penelope? Naja. Andere Thema. Das war eine coole Sache. Und hier habe ich jetzt was wahrscheinlich für den guten Nero. Äh. Äh. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Figuren sammle ich aktuell echt gerne. Also ich mag diese Figuren, die hier immer drin sind. Jedes Jahr, also. Oder jedes Mal, wenn da Figur drin ist, freut mich auf jeden Fall. Ja. Das ist, äh. Das ist, äh. Ja. Eine Minecraft-Figur. Ja. Sehr gut. Ich als hochprofessioneller Minecraft-Spieler. Der andere, etwas größere, namenswertere Streamer jetzt groß gemacht hat mit, äh, Minecraft kennt sich natürlich damit super aus. Ähm. Und von daher. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für eine Figur sein soll. Ähm. Die heißt Alex. In Iron Armor. In Eisenrüstung. Cool. Sieht aber auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ähm. Darf mal abgesehen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Er kriegt auf jeden Fall einen Erntplatz. Ähm. Bei so einer Figur, wie gesagt, oh, die ist hier unten schon leicht offen. Oder? Das muss ich reklamieren. Verliert schon, verliert schon Wert. Also, lieber Felix, wenn du das siehst. Also, die Figur hat jetzt 50% des Wertes verloren. Dadurch. Äh. Ich kenne gerne eine neue. Nee, Spaß beiseite. Eine coole Figur. Ähm. Das ist eine coole Figur. Auf jeden Fall. Ähm. Finde ich lustig. Ja, das ist auch noch so irgendwie so eine Holzkiste oder so. Oder irgendeine Kiste. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich zeige euch das hier nochmal. Ähm. Muss hier nur meinen Arm so halb verdrehen. Aber ich zeige euch die hier nochmal. Ja, das ist so eine Kiste. Ja, seht ihr jetzt halt natürlich durch das schlechte Licht nicht. Äh. Aber das soll so eine Holzkiste oder irgendwas sein. Äh. Auf jeden Fall ganz cool. Auf jeden Fall ist das cool. Ähm. Legen wir uns mal hier beiseite. Und, äh. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Na. Spaß beiseite. Äh. Da steht auf jeden Fall wieder drin, was alles drin ist. Das ist ein Kaktus. Naja, das ist ein Viereckiger Würfel. Also, das ist für mich halt irgendeine Kiste. Aber gut. Äh. Wie auch immer. Äh. Hier steht wieder drin. Und hier steht auch noch so alle Mündliche drin. Ähm. Von Luchest. Auch eine ganz geile Sache. Ähm. Legen wir uns hier auch beiseite. Und jetzt kommt ja der nun der absolute Knaller. Ähm. Ja. Wir haben diesmal zwei Popfiguren drin. Nicht eine. Nicht zwei. Nein. Sondern. Nein. Nicht eine. Nicht null. Sondern zwei. Und das ist Marvel vs. Capcom. Ähm. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Und, ähm. Falls ihr jetzt nicht wisst, welche Figur das ist. Dann dreht euch das gerne mal um. Und halt euch das nochmal rein. Ich hoffe, das kann man lesen. Ähm. Das ist nämlich Black Panther vs. Monster Hunter. Eine coole Sache. Äh. Zumal ich Monster Hunter selber halt auch gespielt hab. Ähm. Ist das auf jeden Fall eine wirklich coole Sache. Ähm. Es hätte auch noch gegeben. Äh. Rocket vs. Mega Man. Wäre auch cool gewesen. Captain Marvel gegen Jung Lee. Das sagt mir zum Beispiel gar nix. Äh. Ultron gegen Sigma. Und, äh. Gamora gegen Strider. Die sagen mir alle nix. Also. Ähm. Deswegen bin ich eigentlich mit Monster Hunter eigentlich ganz zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, ob Monster Hunter jetzt wirklich das vom Spiel ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich was anderes. Ähm. Aber nichtsdestotrotz. Eine coole Verpackung. Und vor allen Dingen zwei coole Figuren. Äh. Kalt ihr euch hier nochmal rein. Freunde der Sonne. Ähm. Ganz coole Figuren, oder? Also die finde ich cool. Aber die kriegen auch immer wieder einen Ehrenplatz. Ähm. Muss mal langsam anbauen hier. Ja. So. Und dann geht's auch sofort weiter. So. Und das war natürlich wieder die, äh. Folge. Ähm. Luchest. Wie gesagt. Wieder ein Riesendank an natürlich Herrn Felix. Und natürlich der ganze Luchest, äh. Crew. Äh. War mir wie immer eine Freude. Äh. Wie gesagt. Also zwei Figuren waren drin. Ähm. Ähm. Da freut mich natürlich immer riesig. Weil die netten Figuren, die kann man auch echt gut sammeln. Ähm. Sie sehen auch immer gut aus. Irgendwann werde ich nochmal so ein, so ein. So eine Vitrine holen. Und werde die da alle reinstellen. Aber dazu denn später. Und dann geht's auch wieder. Und dann geht's auch wieder. Und dann geht's auch wieder.